Hi, mein Name ist Irene und heute erzähle ich euch die verrückte Geschichte, wie ich die Kontrolle über mich verliere und mich in diese aufregenden Figuren aus den Filmen, die ich sehe, verwandle. Unglaublich, oder? Aber vorher möchte ich euch noch etwas über den Fireguard VPN erzählen. Mit einem Klick auf diese App könnt ihr verhindern, dass jemand auf eure persönlichen Daten zugreift. Ladet Fireguard VPN herunter und im Internet seid ihr sicher und könnt YouTube-Videos privat genießen. Ich war drei Jahre alt, als meine Eltern mich zum ersten Mal im Tarzan mitnahmen. Es war fantastisch, aber kurz nachdem wir zu Hause ankamen, fing ich an zu heulen und mir auf die Brust zu schlagen, wie Tarzan. Und dann schwang ich mich buchstäblich von Vorhang zu Vorhang und alles krachte um mich herum. Mama konnte gar nicht aufhören zu lachen und Papa wurde richtig wütend. Ah, was ist nur in dieses Kind gefahren? Das ist nicht lustig. Haltet sie auf, jetzt! Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Eines Abends, nachdem wir alle den Film Child's Play im Fernsehen gesehen hatten, stand ich plötzlich mitten in der Nacht auf und ging mit Cola-Augen und einem Bleistift in der Hand zu Papas Bett. Hey, ich bin Chucky. Willst du mit mir spielen? Papa schrie wie ein kleines Mädchen und sprang unters Bett. Dieses Kind ist besessen. Nimm sie weg von mir. Sie ist böse. Mama hat mich schnell beruhigt, aber Papa hat sich danach immer von mir ferngehalten. Eines Tages kamen Mama und ich nach Hause und fanden ein Zettel vor mir. Ich kann nicht schlafen, wenn dieses Teufelskind im Haus ist. Ich gehe weg. Auf Wiedersehen. Und, naja, wir haben ihn nie wieder gesehen. Im Gegensatz zu Papa liebte Mama mich sehr und das Leben war besser, als er weg war. Ich ging auch gerne zur Schule und hatte viele Freunde. Das heißt, bis zu dem Tag, an dem alle von meiner seltsamen Macke erfuhren. Eines Tages in der sechsten Klasse, kurz nachdem ich mir zu Hause Herr-der-Ringe-Filme angesehen hatte, ließ eine Lehrerin ihren goldenen Ring auf den Boden fallen. Als ich ihn im Licht funkeln sah, verwandelte ich mich plötzlich im Gollum. Als ich nach vorne sprang, um den Ring aufzuheben, kamen sie mir zuvor und ich rastete aus. Schööö! Dieser dreckigen kleinen Diebe! Wo ist er? Sie haben ihn von uns gestohlen! Mein Schatz! Verflucht seien Sie! Wir hassen Sie! Hey, es gehört uns und wir wollen es haben! Und dann griff ich meine Lehrerin an. Sie schrie, während andere Kinder versuchten, mich zurückzuhalten. Und jemand rief den Direktor. Beinahe wäre ich von der Schule geflogen, aber Mama wurde gerufen und sie erklärte meinen Zustand. Sie beschlossen, dass sie mich für eine lange Zeit keine Filme sehen lassen würden. Aber die Nachricht hatte sich in der Schule wie ein Lauffeuer verbreitet und alle fingen an, mich zu beschimpfen. Clown, Loser, Psycho und noch vieles mehr. Und die Bienenkönigin der Schule, Olive, war die gemeinste von allen. Warte mal, Psycho, in was wirst du dich heute verwandeln? Hola, Harry Potters! Kannst du mit dem Besen des Hausmeisters fliegen? Hör damit auf, Olive! Oh, ich habe Angst! Willst du mich mit deiner Magie in ein Kelch verwandeln? Ich könnte sie mit einem Besen schlagen, ganz sicher. Aber ich wollte meine Mutter nicht verärgern, indem ich noch mehr Ärger verursachte. Also hielt ich mich zurück, auch wenn das Mobbing nie aufhörte. In der 9. Klasse beschloss ich, der Theater-AG der Schule beizutreten. Eines Nachmittags probte ich allein vor dem Vorsprechen für die Schulaufführung, als ein gutaussehender Typ den Theaterraum betrat. Hey, mein Name ist Drake. Ich bin wegen des Vorsprechens hier. Oh ja, du bist an der richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber bevor ich ein Wort sagen konnte, betrat die böse Hexe den Raum. Oh ja, bist du, Drake? Du bist hier, um die Rolle des Prinzens zu spielen? Glaub mir, Babe, diese Rolle ist für dich gemacht und ich bin dazu bestimmt, deine Prinzessin zu sein. Aber als alle meine schauspielerischen Fähigkeiten sahen, bekam ich die Hauptrolle. Olive wurde für die Rolle des Dienstmädchens ausgewählt und Drake wurde mein Prinz. Ich liebte die ganze Aufmerksamkeit, die ich von ihm bekam, aber das machte Olivia eindeutig verrückt. Wie kannst du es wagen, mit Drake zu flirten? Er gehört mir. Wirklich? Ich habe kein Namensschild gesehen. Oh, sieh an, wer endlich seine Zunge gefunden hat. Aber hör mir laut und deutlich zu, du Freak. Du kannst seine Prinzessin in dem Theaterstück sein, aber ich bin immer noch die Königin im echten Leben. Halt dich von Drake fern, sonst... Na dann mal los. Nun, das tat sie. In den Probenpausen hing sie an ihm, berührte seinen Arm und lachte ein bisschen zu sehr über seine Witze. Aber ich wollte nicht nur zuschauen. Am nächsten Tag während der Kostümprobe kam ich in einem Catwoman-Kostüm herein. Dann fiel Drake die Kinnlade runter, als er mich sah. Oh mein Gott, Irene, du siehst aus. Miau. Wie wär's, wenn du mich näher zu dich heranziehst? Ich zwinkerte ihm zu und setzte mich dicht neben ihn, während Olive vor Wut rot wurde und aus dem Zimmer stürmte. Aber am nächsten Tag kam diese Hexe als Wonder Woman verkleidet in ihrem Kostüm, das buchstäblich die Größe eines Taschentuchs hatte. Ihre Taktik ging allerdings nicht auf, denn eines Tages bei den Proben fragte mich Drake vor allen Leuten nach einem Date. Natürlich habe ich Ja gesagt. Als ich mich am nächsten Tag in der Umkleide umzog, fuhr ich fast aus der Haut, als ich aufblickte. Ich sah Olive und sie hielt mein Kostüm hoch, das sie in Fetzen zerrissen hatte. Oh mein Gott, Olive, du bist so ein Psycho. Warte nur ab, was ich mache, Irene. Ich lasse mir von einem Freak wie dir nicht meinen Traummann wegnehmen. Oh, sie war wahnsinnig. Ich schob sie beiseite und stürmte aus dem Zimmer, gespannt, welches Drama als nächstes auf mich zukommen würde. Ich brauchte nicht lange zu warten, um es herauszufinden. Aber es war nicht das, was ich erwartet hatte. Drake hatte am Wochenende Geburtstag und er hatte die halbe Schule zu einer Privatparty eingeladen. Als ich dort ankam, ertönte plötzlich die Musik aus dem Film Twilight aus den Lautsprechern. Als sich alle überrascht umsahen, entdeckte ich Drake im Mondlicht und er sah aus wie Edward Cullen. Hey Edward, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie alt bist du jetzt? 104? Wer ist Edward? Wovon sprichst du? Komm schon, Edward. Ich weiß, dass du ein Vampir bist. Deine Bella ist hier. Du kannst Blut aus meinen Adern trinken und dann können wir bis in die Ewigkeit zusammenleben. Meine Liebe. Alle Kinder um uns herum fingen an zu lachen, während Drake mich nur geschockt anstarrte und abrupt ins Haus rannte. In diesem Moment hörte die Musik auf und mir wurde klar, dass ich eine Szene gemacht hatte und Drake erschreckt hatte. Das war einfach episch anzusehen. Du hast dich noch komischer verhalten, als es mir erhofft hatte, als ich die Musik abspielte. Jetzt wird Drake nie mehr mit dir zusammen sein wollen, du Freak. Sie war so eine Idiotin. Ich begann, Drake im Haus zu suchen und ihm alles zu erklären. Plötzlich schrie ich auf, als mich jemand von hinten umarmte. Drake! Du hast mich erschreckt. Hey Babe, ich bin nur reingekommen, um etwas für dich zu holen. Ich wusste nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, es dir zu zeigen. Aber ich denke, es ist soweit. Warum war er so seltsam? Vor ein paar Minuten hat er noch so getan, als wäre nichts passiert. Aber dann, als ich das Ding sah, das er mir gab, war ich schockiert. Es war ein Fotoalbum mit hunderten von Bildern von mir. Er hatte mich auf dem Weg zur Toilette abgelichtet und als ich an meinen Achseln roch und meiner Nase bohrte. Was ist los mit dir? Warum hast du diese Bilder gemacht? Weil ich mich auf den ersten Blick in dich verliebt habe, Irene. Und nachdem du das Catwoman-Kostüm anhattest, oh mein Gott, ich krieg dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt weiß ich, was du denkst. Unsere Liebe ist wie die von Edward und Bella. Ich wollte dir zeigen, dass ich genauso besessen von uns bin. Oh mein Gott, du bist wahnsinnig. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir zusammen sein oder dich sehen und wag es ja nicht mehr zu folgen. Ich rannte weg, so schnell ich konnte. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich mit einem verrückten Psycho datete. Am nächsten Tag in der Schule hatte ich versucht, mich vor ihm zu verstecken. Aber er ist mir überall gefolgt, wie ein verrücktes Hündchen. Ich versteckte mich eine Weile in einer Mädchentoilette. Aber als ich endlich rauskam, stolperte ich fast über den Körper auf den Boden. Es war Drake, der sich krümmte, als ob er Schmerzen hätte. Äh, äh, es tut so weh. Es tut mir weh. Was tut weh? Ist es dein Bauch? Dein Blinddarm? Nein, mein Herz. Hör auf, Spielchen zu spielen und sag, dass du mich auch liebst. Ah, halt die Klappe. Du brauchst eine Therapie. Ich hätte ihn fast getreten, während ich seine Hände mit einem Knöchel schüttete. Und dann rannte ich davon, um alle hysterisch lachen zu hören. Ollef rief mir nach. Wow, Mädchen, er ist genauso verrückt wie du. Er gehört ganz dir. Mensch, wenn er so weitermachte, brauchte ich eine einstweilige Verfügung. Später in der Nacht, als ich friedlich in meinem Bett schlief, hörte ich ein leises Knarren und drehte mich um. Und schrie. Drake stand direkt neben meinem Bett. Bist du total verrückt? Woher weißt du überhaupt, wo ich wohne? Vergiss es. Antworte nicht drauf. Geh einfach raus. Babe, gib mir eine Chance. Ich habe ein unglaubliches Geschenk für dich. Und mit diesen Worten begann er, sein Hemd aufzuknöpfen. Hey, lass das. Ih, hör auf damit. Relax, es wird dir gefallen. Er holte eine Einladungskarte raus, die in seinem Hemd steckte. Gott sei Dank. Ich weiß, wie verrückt du nach der Schauspielerei bist, Prinzessin. Und du weißt, dass ich dir die Welt zu Füßen legen würde. Bitte nimm diese Einladung zu einer Party auf dem Kreuzfahrtschiff mit Hollywoodstars an. Warte, was? Ist das dein Ernst? Ja, ja, Babe. So ernst wie meine Liebe zu dir. Ich möchte, dass du mit mir auf diese Party gehst. Aber wie bist du an diese Pässe gekommen? Oh, ich habe einfach vom Tisch meines Onkels diese gestohlen, als er nicht hinsah. Er kennt viele Leute von Hollywood. Okay, er war immer noch ein verrückter Irrer, aber dieses tolle Geschenk konnte ich mir doch nicht entgehen lassen, oder? Hollywood-Prominente zu treffen? Das ist ein Traum von mir. Und Drake hatte kein bisschen gelogen. Als wir das Schiff betraten, spürte ich, wie mein Herz wie verrückt schlug. Ich war auf einer Party voller Schauspieler und Regisseure, die ich praktisch verehrte. In diesem Moment entdeckte ich den weltberühmten Regisseur, den verrückten James Cameron, höchstpersönlich, ganz vorne auf dem Schiff. Das war meine Chance, entdeckt zu werden. Ich warnte mich an Drake. Wie sehr liebst du mich? Oh, so sehr wie die Tiefen des Meeres, die Weite des Himmels und die Höhe des... Okay, okay, ich hab's verstanden. Wenn du mich liebst, würdest du alles für mich tun, richtig? Alles, Babe. Wir rannten über das Deck zum Rand des Schiffes. Ich kletterte auf die vordere Reling mit Drake direkt hinter mir, der mich stützte, während ich meine Arme ausstreckte, genau wie in Titanic. Schau, Jack, ich fliege, Jack. Ich bin der König der Welt. Nicht, jetzt nicht. Halt die Klappe und küss mich, du Idiot. Als wir bei Sonnenuntergang am Rand des Schiffes uns küssten, begannen die Leute um uns herum zu jubeln und zu klatschen. Obwohl es Drake war, den ich küsste, musste ich zugeben, dass es ein super romantischer, filmreicher Moment war. In diesem Moment flüsterte er mir ins Ohr. Rose? Ja? Ich glaube, ich werde sehkrank. Ich sprang gerade noch rechtzeitig weg, als er sich übergab. Ekelhaft. Der Regisseur, für den ich die Show inszeniert hatte, kam auf mich zu und lächelte. Ich sehe, du hast ein Gespür für die Schauspielerei. Du schlupfst wirklich in die Rolle, nicht wahr? Oh ja, Sir. Besser, als sie sich vorstellen können. Ich mag deinen Enthusiasmus. Hier, ne, meine Karte. Wir besorgen dir ein Vorsprechen. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Das war unglaublich. Und das Nächste, was ich wusste, war, dass mir eine Rolle in einem Film angeboten wurde und mein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Ich verließ die Stadt für immer und zog mit meiner Mutter nach L.A. Heute. Zehn Jahre später bin ich eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood und habe Fans auf der ganzen Welt. Ich spiele mich zwar immer noch manchmal in den peinlichsten Situationen auf, aber die Leute denken jetzt einfach, dass ich mich für eine Filmrolle verstelle. Ich spiele mich für eine Filmrolle. Ich spiele mich für eine Filmrolle. Ich spiele mich für eine Filmrolle.